Hier machen sie Mangold, Blumen und so weiter, das ist fast schon normal, aber auch mit einer großen Vielfalt. Und das ist was ganz interessantes, dass sie so Gräben machen und dann rechts und links anhäufen. Und das hat den Vorteil, dass unter anderem das Wasser besser versickern kann, aber, und das ist ganz spannend, es gibt verschiedene Temperaturen zwischen oben und unten und das führt dazu, dass praktisch ein kleines feuchtes Klima zwischen diesen beiden Reihen entsteht, also wo dieser kleine Kanal ist. Und das will ich auch später mal ausprobieren in Deutschland, später, also bald, einfach diese verschiedenen Höhen von bepflanzten Beeten und dann Kuhlen, wo dann, wo drin dann zum Beispiel Kräuter oder hier auch Zwiebeln gepflanzt werden. Musik 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 Musik